Gori Philipp Grubauer befindet sich mit den CL Kraken in der nordamerikanischen Eishockey-Profi-Liga NHL weiterhin auf Playoff-Kurs. Die Kraken feierten einen 81-Sieg gegen die Arizona Coyotes und festigten ihren Wildcard-Rang sechs Spiele vor Ende der regulären Saison als Vierter der Pacific Division. Grubauer stand fast die gesamte Eiszeit im Tor und parierte 20 von 21 Schüssen, der deutsche Keeper blieb nur 21 Sekunden hinter dem Brett. Der 31-Jährige glänzte nicht nur als sicherer B.